Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 4.1 Kompatibel der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im Remax Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 4.1 gehört zum Prinzip 4, robust. Es ist die einzige Richtlinie im Prinzip 4. Prinzip 4 lautet, Inhalte müssen robust genug sein, damit sie zuverlässig von einer großen Auswahl an Benutzeragenten einschließlich assistierender Techniken interpretiert werden können. Das ist die Übersetzung von Aktion Mensch und mit assistierenden Techniken sind Hilfsmittel gemeint. Also Zusatzsoftware oder Hardware, die von Menschen mit Behinderungen benutzt werden zur Eingabe an Programme oder zur Ausgabe zum Wahrnehmen von Informationen von Webseiten oder Programmen. Und die Richtlinie 4.1 ist überschrieben mit kompatibel und lautet, maximieren sie die Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Benutzeragenten einschließlich assistierender Techniken. Benutzeragenten sind Browser oder Media Player, die eben Inhalte aus dem Web dem Benutzer abspielen und zur Verfügung stellen. Benutzergruppen, die jetzt von Richtlinie 4.1 profitieren, sind insbesondere Benutzer von Hilfsmitteln, also Screenreader oder andere Hilfsmittel zur Ein- und Ausgabe. Benutzer, die keine Maus benutzen, sondern nur eine Tastatur. Benutzer mit Spracheingabe. Intelligente Benutzeragenten, die auf Anforderungen von Benutzer jetzt Dinge durchführen auf Webseiten, also so wie man sich das auch in Zukunft für Siri und andere Agenten vorstellen kann. Auch automatisches Testen von Benutzerschnittstellen wird durch diese Richtlinie vereinfacht und Suchmaschinen haben es einfacher. Das Erfolgskriterium 4.1.1 ist betitelt mit Syntaxanalyse. Ein besserer Titel wäre eigentlich Wohlgeformtheit. Und es lautet bei Inhalt, der durch die Benutzung von Auszeichnungssprache implementiert wurde, also zum Beispiel HTML ist eine Auszeichnungssprache, haben Elemente komplette Start- und End-Tags. Also es geht hier darum, dass in HTML, wenn man ein Element anfängt, zum Beispiel das Element H1, dass man dann eben auch ein End-Tag dazu hat, eben Slash-H1. Und die Elemente werden entsprechend ihrer Spezifikationen verschachtelt. Das heißt, dass es immer sauber ineinander verschachtelt sein muss. Also wenn ich jetzt ein P-Element habe und danach ein Strong-Element, dann muss ich zuerst das Strong wieder beenden und dann das P, wie bei einer russischen Puppe, einer Matroschka. Es sind keine Überkreuzverschachtelungen erlaubt und Elemente enthalten keine doppelten Attribute. Das heißt, ich darf ein Attribut nicht mehrfach auf dem gleichen Element verwenden. Also ich darf nicht zweimal das Attribut alt für Alternativtext vergeben, weil das wäre dann nicht klar, wenn ich den Wert von alt auslese, welchen ich meine, wenn er doppelt vorhanden ist. Und alle IDs sind einzigartig. Das heißt, ich darf das ID-Attribut nur einmal im gesamten Dokument vergeben, sodass, wenn ich eben verweise auf eine Stelle durch das ID, dass diese Stelle klar gekennzeichnet ist. Diese vier Vorgaben helfen jetzt dazu, dass ein Browser eigentlich immer klar weiß, was er zu tun hat und wie er, wenn ich eine Stelle anspringen will, und wie er die entsprechende Quelldatei zu parsen hat. Eigentlich bezieht sich das Erfolgskriterium eben auf das DOM, also das Document Object Model, das zur Laufzeit aufgebaut wird. Aber in der Regel prüfen wir es einfach dadurch, dass wir den Quellcode uns anschauen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und ein gutes Werkzeug dazu ist der New HTML Checker, also New mit NU. Der wird vom W3C zur Verfügung gestellt. Und dort wird aber mehr geprüft als nötig. Dort wird wirklich auf Validität geprüft, ob ein Dokument auch der HTML-Spezifikation entspricht. Jetzt bei WCAG 4.1.1 ist es milder. Man muss jetzt nicht ein valides Dokument haben, sondern es genügt, wenn das Dokument dem Prinzip der Wohlgeformtheit entspricht. Das heißt, es muss geparst werden können und der Parsbau muss eindeutig sein, der daraus entsteht. Und wenn ich jetzt diesen New HTML Checker verwendet, dann muss ich unterscheiden zwischen Fehlern, die die Wohlgeformtheit verletzen. Das sind dann die, auf die ich mich konzentriere und andere Fehler. Also wenn ich mir diese Fehler hier anschaue, diese Liste, dann sehe ich hier Punkt 4, StrayAnt Tag Head. Das heißt, jetzt gibt es auf einmal ein Ant Element für Head, also Slash Head. Und es gab aber vorher gar kein Start Tag dafür. Das heißt, hier habe ich wirklich das verletzt, dass ich nur dann, dass ich immer paarweise Anfangs- und Ende-Tags habe. Es gibt ein paar Elemente in HTML, zum Beispiel das Image Tag, da brauche ich kein End Tag. Aber wenn es eben in der Spezifikation gefordert ist, dass es Start- und End Tag hat, dann muss das auch eingehalten werden. Sonst ist das ein Verstoß gegen dieses Erfolgskriterium. Also hier habe ich einen Verstoß. Das Erfolgskriterium 4.1.2 ist überschrieben mit Name, Rolle, Wert. Und das betrifft jetzt Elemente in HTML und deren Zusammenspiel mit Hilfsmitteln. Und ich sage es gleich vorweg, wenn ich HTML-Standard-Elemente verwende, dann bin ich fein raus, denn dann übernimmt der Browser diese Aufgabe für mich. Wenn ich aber selber irgendwelche Elemente zusammenbaue, durch JavaScript oder Libraries verwende, die JavaScript verwenden, dann muss ich darauf achten, dass dieses Zusammenspiel zwischen diesen Elementen und der von Betriebssystemen bereitgestellten API für Accessibility, dass dieses Zusammenspiel auch funktioniert. Ich lese den Text in Deutsch. Für alle Bestandteile der Benutzerschnittstelle, und zwar einschließlich, aber nicht beschränkt auf Formularelemente links und durch Skripte generierte Komponenten, können Name und Rolle durch Software bestimmt werden. Also Name und Rolle ist sowas wie der Bezeichner und der Typ eines Widgets, zum Beispiel Checkbox wäre eine Rolle. Also es kann durch Hilfsmittel eben bestimmt werden, weil es im DOM eindeutig markiert ist. Außerdem Zustände, Eigenschaften und Werte, die vom Benutzer festgelegt werden können, können durch Software festgelegt sein. Also die Übersetzung ist ein bisschen schlecht. Es muss eigentlich auch heißen, dass sie durch Software eben ausgelesen werden können, diese Zustände, Eigenschaften und Werte. Und das sind zum Beispiel, ob ein Eingabeelement aktiv oder inaktiv ist, ob es fokussiert ist oder nicht. Auch bei speziellen Eingabeelementen, wie zum Beispiel ein Schieberegler, ein Slider, gibt es einen Anfangs- und einen Endwert, also Minimal- und Maximalwerte. Es gibt den gerade eingegebenen Wert, zum Beispiel der Text bei einem Eingabefeld oder die Position bei einem Schieberegler. All das sind Zustände, Eigenschaften und Werte, die müssen von Hilfsmitteln ausgelesen werden können. Und die Benachrichtigung über Änderungen an diesen Elementen steht den Benutzeragenten zur Verfügung, einschließlich assistierender Techniken. Also einschließlich Hilfsmittel. Die Benutzeragenten sind die Browser, die erfahren darüber, wenn etwas sich an Zuständen, Eigenschaften und Werte ändert. Denn ein Benutzer, der jetzt Hilfsmittel benutzt, der sollte auch durch seine Hilfsmittel darüber informiert werden, wenn sich etwas ändert, weil er das eventuell sonst nicht mitbekommt. Und auch Hilfsmittel, die zur Eingabe gedacht sind, wie zum Beispiel auch ein Screenreader, der auch Eingabehilfe übernimmt, die müssen auch die Zustände, Eigenschaften und Werte verändern können, soweit dies eben vom Programm erlaubt ist, dass ein Benutzer diese Veränderungen vornimmt. Also, wenn ich Standard-HTML-Elemente verwende, dann bin ich fein raus. Die Browser implementieren das Ganze für mich. Also Name und Rolle und diese Zustände und Eigenschaften. Hier habe ich als Beispiel ein sogenanntes Mega-Menü vom BMAS. Und wenn ich hier auf einen Menüpunkt gehe, wie hier zum Beispiel Themen, dann bekomme ich eben die Einträge im Menü als Links und als Bilder vermittelt. Und das sind Standard-Elemente und da funktioniert alles. Da wird zum Beispiel der Screenreader darüber informiert, dass das jetzt ein Link ist und dass man den auslösen kann. Und wenn ein Link seinen Zustand verändert, zum Beispiel, dass er besucht wurde, dann wird das eben auch mitgeteilt dem Hilfsmittel. Komplizierter wird es, wenn ich mir jetzt selber irgendwelche Widgets baue. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Checkbox, die ja von HTML vorgegeben ist, als Input-Type gleich Checkbox, wenn ich mir das jetzt selber zusammenbauen möchte, wähle, ich möchte, dass sie ein bestimmtes Verhalten hat oder ganz besonders auszieht. Ich erkläre jetzt zunächst mal, wie das grundsätzlich läuft, das Zusammenspiel zwischen Browser und der Accessibility API eines Betriebssystems und den Hilfsmitteln. Also im Browser wird irgendein Dokument geparsed, das von einem Auto erstellt wird und daraus entsteht dieser Parse-Baum, wird hier DOM genannt, Document Object Model. Und so wie diese Tags verschachtelt sind im Dokument, so wird hier jetzt eben ein verschachtelter oder eine Baumstruktur erzeugt. Und diese Baumstruktur wird jetzt dem Betriebssystem weitergemeldet. Das ist das sogenannte Off-Screen Model. Also das Betriebssystem kennt jetzt die Knoten dieses Baumes, die gerade dargestellt werden auf dem Bildschirm. Und es ist praktisch ein gespiegelter Baum, aber mit Werten und Rollen, die das Betriebssystem kennt. Und das Betriebssystem teilt dann den Hilfsmitteln mit, die das praktisch jetzt hier über eine API anzapfen, wie diese Information auf dem Bildschirm aufgebaut ist mit entsprechenden Merkmalen, Rollen und so weiter. Und ein Hilfsmittel kann zum Beispiel ein Screenreader sein. Es kann aber auch einfach ein Inspektor sein, der als Prüfwerkzeug für einen Entwickler dienen kann. Alle Betriebssysteme haben solche Inspektoren. Da kann man dann eben reinschauen, was in diesem Off-Screen Model drin ist. Wenn jetzt der Autor in das HTML-Dokument eigene, selbstgebaute Widgets einbaut, entweder indem er sie selber kodiert oder durch Bibliotheken, die er mit einschließt, dann muss er dafür sorgen, dass dieses Zusammenspiel zwischen Browser und Betriebssystem funktioniert. Und ich habe als Beispiel hier eine Checkbox, die jetzt nur angedeutet über ein Skript erzeugt wird. und diese Checkbox wird eigentlich dargestellt als Diff-Element und da drüber wird dann irgendwie durch CSS ein Bild angezeigt. Aber dieses Diff-Element hat jetzt die Rolle Checkbox und das Attribut ARIA Checked gleich False. Das heißt, anfangs ist jetzt der Zustand nicht angekreuzt. Und durch ein Skript, wenn der Benutzer jetzt mit der Maus draufklickt oder mit der Tastatur eine Veränderung herbeiführt, dann wird auf einmal dieses ARIA Checked zu True gesetzt. Das Ganze wird dann im DOM-Tree gespiegelt im Browser. Also es gibt dann eben diese Rolle, dieses Attribut Roll gleich Checkbox wird hier abgebildet als Knoten Roll und da steht dann auch Checkbox drin und außerdem dieser Zustand ARIA Checked auch. Und das wird dann dem Betriebssystem in diesem Offscreen-Model zur Verfügung gestellt und das kann dann vom Hilfsmittel ausgelesen werden. Und das Hilfsmittel kann hier auch Veränderungen machen, zum Beispiel das Checked zu True setzen, wenn es das möchte. Und es wird informiert über Änderungen, die hier passieren. So sollte das sein. Und so ist das Zusammenspiel gedacht. Es gibt auch Hilfsmittel, die lesen direkt im DOM und Browser, aber das ist mittlerweile nicht mehr so üblich, weil das starken Veränderungen ausgesetzt ist. Also falls Sie einmal selber solche Widgets bauen oder falls Sie Bibliotheken verwenden, die solche Widgets beinhalten, dann sollten Sie das nachprüfen, ob das auch funktioniert. Am besten mit einem Screenreader oder auch einem Inspektorprogramm. Das Erfolgskriterium 4.1.3 ist neu in WCAG 2.1. Es ist überschrieben mit Statusnachrichten und ich habe das übersetzt folgendermaßen. Bei Inhalten, die mit Mark-Absprachen kodiert sind, können Statusnachrichten programmatisch durch ihre Rolle oder Eigenschaften erkannt werden, sodass Sie dem Benutzer durch Hilfsmittel dargestellt werden können, ohne den Fokus zu erhalten. Also wenn sich etwas verändert am Zustand oder wenn ein Befehl ausgeführt wurde und dies dem Benutzer mitgeteilt wird, dann gibt es oft eine Statusnachricht, entweder ganz oben oder ganz unten oder sonst wo auf der Webseite und diese Nachricht soll jetzt gekennzeichnet werden mit der Rolle das ist eine Statusnachricht. Also wir werden sehen, es gibt die Rolle Alert dafür zum Beispiel oder Eigenschaften dazu noch zum Beispiel wie aufdringlich die Nachricht sein soll, ob der Benutzer unterbrochen werden soll in seiner Arbeit oder ob gewartet wird, bis der Benutzer eine Pause macht oder ob er gar nichts benachrichtigt wird, weil es nicht so wichtig ist und er einfach, wenn er selber sich das liest und darauf geht, dann kann er es lesen, aber sonst nicht so wichtig ist. Und der Fokus soll nicht dabei auf die Nachricht gesetzt werden, denn das würde wirklich den Benutzer stark unterbrechen in seiner Arbeit. Zum Beispiel bei einem Screenwriter würde er herausgerissen aus dem, was er gerade liest und würde den Kontext verlieren. Das sollte man nicht machen. Ein Beispiel, wie das hier in Ilias gemacht wird. Wir sehen hier eine Statusnachricht, und die Mail wurde versandt. Es wurde also eine Aktion durchgeführt und der Benutzer wird darüber informiert. Und dann, wenn wir reinschauen in das Inspektor-Fenster, dann sehen wir, dass es hier ein Roll-Attribut gibt. Roll gleich Alert. Das kennzeichnet, dass es sich hier um eine Statusnachricht handelt, also eine Warnung und es ist auch dann noch möglich, eine Aufdringlichkeit anzugeben durch das Attribut ARIA Live. Das kann Polite sein oder das ist so die mittlere Stufe oder Assertive, das heißt, es ist aufdringlich oder Off heißt, der Benutzer wird gar nicht benachrichtigt. Das wird hier aber nicht gemacht, sondern hier wird nur die Rolle angegeben. Das ist das, was gefordert wird. Wichtig ist, dass der Fokus nicht automatisch darauf gesetzt wird. Das sollte nicht sein, sonst springt der Screen wieder automatisch dorthin. Das war Richtlinie 4.1 kompatibel aus der Reihe Remax Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann Hochschule der Medien in Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter gpiei.eu slash WCAG 2.1 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons bei Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden. Das Videoантen 1.6 2.3 3.5 3.5 2.5 3.5 7.6